Achtung! In diesem Video gezeigte Aufnahmen werden schwere Kraftausdrücke, Beleidigungen und Nachrichten ohne Grund gegen mich verwendet. Bitte bildet euch eure eigene Meinung dazu und schreibt es in die Kommentare was ihr darüber denkt. Wäre cool wenn ihr euch dieses Video bis zum Ende anschauen könntet und dieses Video bewerten könntet. Danke! Alle Kraftausdrücke und Beleidigungen sowie die Nachrichten stammen alle aus Hadiths Team und sind keine Fuckes. Mehr Beweise brauche ich nicht alles auf diesem Video ist eindeutig zu hören und zu sehen von Hadiths Team. Was ist los? Lass den erst mal mal zack aufschreiben. Ja das ist ja. Lass den erst mal hierher kommen. Der ist schon hier aber jetzt... Der ist immer da, oder? Oh der macht den Stress. Das ist fickt den Zahnarzt rein. Ja. Wir hatten uns erst gestern ihn dann glaube ich getroffen. Wollt ich mich auch noch mit ranhängen? Kommen wir ja gut Sonne rein. Was ist los? Danke, ich stelle ich dir eine SMS schicke. Wer kommt rein? Du machst doch Gott strass, Alter. Nach dem Video. Kommen. Kommen, wollen wir ein Video machen? Wer ist denn der letzte hinten in der Reihe? Ich bin gerade in der Reihe. Ich bin gerade in der Reihe. Ich bin gerade in der Reihe. Und genieß deine Sohzahnsee. Ich werde die Fitsmane gleich offline schicken. So, so. Ich bin auch mit dem Video. Ich bin gleich überraubt. Oh, ein solches Club Rider. Erlebst du das, dass ich hier auch hochrenkend raus schmeiße? Nee, wir schmeißen nicht drauf. Ich bin mit dem Spiel. Nee. Ich benutze jetzt mal mein Spiel. Ich habe einen Oktober gefunden. Wo seid ihr denn überhaupt gerade unter der Erde? Ja, die fangen doch irgendwie zu rennen. Wer hängt alles an ihm dran? Nur noch du. Kann das sein, oder? Nein? Geht ihr alle weg von ihm, Jonas? Ja, ich schon. Alles klar. Hinterseine auch mal. Fack Hades fliegen da, ja. Du kannst eh nicht, die Luftgruppe. Scheiße, das ist kein LTS, alter. Scheiße, das ist kein LTS. Wer ist das denn jetzt hier? Vor allem, wo es dann nicht gesagt ist, dass es ein Speck der LTS schon sehr hat. Hey, warum freifst du jetzt Klappen neben dir? Welche Abteleerte, ey. Welche Abteleerte habt ihr alle drin? Äh, Eider. Welcher Hotneut? Ja, du weißt welcher. Ja, du weißt noch welche. Das sind wir für Heather, Hauptnachricht. Okay. Gmw sag ich schon. Kika? Nee. Das war eine Richtigkeit. Ja, du kannst ihn sowieso nix transporten. Oh ja. Naja, ist gut. Ich kann ihn aber auflernen, dass er eine Kontrolle platzt, sodass er die nächsten drei Probleme noch wandern kann. Boah, das ist doch bei mir dran. Was ist denn das? Die Spreak-Song mit der Viener, die man nicht aufmachen soll, oder? Das ist schon was. Hey, die jetzt auch macht die Spreak, ne? Nein, da ich bin das. Ja, klar. Ich hab kleine Nagelsverschickt. Nö, hätte sein können. Ich bin alter nicht auflernen, hier geht's mit ihm auflernen. Aber jetzt macht er bestimmt ein Video, weil er so fangt. Soll ich schon mal die Gruppe schreiben? Nächste Ziege von Zahn stehen muss ich eventuell nachher oben? Ja. So. Okay. Äh, er hat Check. Also, mal gucken, ob ich ihn in der Luft... Äh, er hat mit Check. Mir sagt einer, wenn man ihn in der Luft hat, ist er weg. So, ich bin in der Luft, ja. Ja. Versuch doch mal ein Hotsnack zugegen, vielleicht hat er es noch gar nicht frei oder so. Doch, dann hört man es drin, aber... Warte, ich finde. Aber wenn der LTS hat, wird es auch geschehen dafür. Naja, aber... Okay. Jetzt gibt's ja mal Geld und hat nicht zu viel. Ja, ich auch. Ähm... Tut mir einen Fall noch. Nö, nicht möglicherweise. Jetzt ist er neben mir. Gibt's mir Geld, Alter. Perfektion. Nee, nein. Finde ich nett. Jetzt ist er bei mir dran. Er macht die, die. Ja. Hallo, Juni, Juni. Wollte ich mir einen Hotschlag geben? Nein, dann hängen wir uns alle anziehen. Ja, was kann der, Alter? Okay, seid ihr alle gekriegt? Hm. Ich schlafe. Ich schlafe. Aber wenn der LTS hat, ist er heute nicht so. Ja, halt doch nicht. Nee, ist nicht schlecht. Nein, also kommt der LTS. Zieh. Ach, da haben wir erst nicht weiter. Kannst du nicht irgendetwas für das Ding für dich machen, wie es das hat war? Ja, alles weg geht vom Ding, ich weiß nicht, ich kann ihn nicht machen, aber... Also, der hat es nicht mehr Zeit bei dir. Also, der war ja noch dran. Das Problem ist da, ich kann jetzt ins Auto rein. Ja, die ist ja einfach easy, ja. Ja, mein Name ist ja schon, mein Name ist auch drin. Natürlich. Mein Name ist auch... Guck mal, der Camper ist da. Guck mal, der Camper ist da. Ey, warte, lass... Warte, schreib mal Marco, dass er mal rüberkommen soll. Einfach einig sein, der Töpfchen. Ja, genau. Was wird denn los? Und alles in der Vision. Oh, wird ja immer besser. Wir werden komplett. Ich krieg irgendwie von dem Geld nichts, das fällt irgendwie durch mich durch, das ist langweilig. Wo flüstest du uns denn, Lotion? Schick dem einfach ein Klon. Aber der klebt dann mit dran, ne? Ja, weil schicken, wenn ich ihn auf den schicke, wird dir nix passierbar. Ja, klar. Aber ich setz nicht ins Auto, dann krieg ich keine Geld mehr. Vor allem, was bringt ihn das, wenn er diese Partikel hat, so gesehen? Muss ich denn meine Clone-Protection auch noch aufmachen, so gesehen? Weil bei mir stand grad Clone removed. Äh, ja, machst du mir bitte auf. Ist auf. Ach, weißt du was, Hades-Pan-P, ich hab was ganz anderes. Ich hol jetzt die Jungs rein und lass dich mal ganz schnell pusten. So ein Lappen, Alter. So ein Lappen, Alter. 3i creditivität. Hei. Er hat mir in den Detroit ein. Ich bin gerade dabei, ich finde das ist ein Sprachmessage. Der muss aber wirklich für ein paar Stunden nicht online kommen, also so, äh, wie so ein Mann oder so. Hey Detroit, do me a favor, get a in my lobby, there is someone making a video, arms rolls can do shit cause a lot of people in here. Can you take that motherfucker out for me, please? Oh man, der ist jetzt offline. Der kommt wieder, wenn er die Sprechmessage schlagt. Och, Zahnfee. Mann, ich... Oh nein, wo's... Also ich würde jetzt schon lange kurz den Prozess machen, wohl gesehen, ne? Ich würde gerne, aber, ähm... Nein, lass den doch noch. Ja, wenn er dann Spaß hat. Wo sie denn jetzt hin? Bei mir so nicht. Bei mir auch nicht. Unsichbar. Wett ich mit dir. Ach, guck mal, da hat mich auch geploppt. Am Haus irgendwo. Du musst doch schreiben, du Flüchtling, du Flüchtling. So gehen wir hin oder nicht? Das ist was Angst fahrend hier, weil ich mich gefühlt hast, dass ich dich wieder auflösen schick zu kleiner Hurensohn. Ähm... Ist er jetzt bei irgendein... Ist er jetzt bei irgendein... Ist er jetzt bei irgendein dran, wo er nicht zu uns gehört? Nö. Sonst gehen wir halt die Kamera weg, Alter. Und einer macht Yeti. Der ist im Apartment, die Tossi. Ha, das ist im Apartment? Äh... Na? Weiß ich will nicht, nein. Hm. Ist da ohne die da nur ein Sohn. Uff. Hallo. So trifft man sich hier oben. Ey. Seid ihr alle im Kamerahack? Nein, nö. Kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich so, dass man nie aufmacht, wenn ich jetzt Konsumschwelle mache. Alles klar. Oh. Ich hab da wieder den Freeze drauf gemacht. Bade. Komm du Piffer. Das bist du nur... Wie heißt auf... Das... Wie heißt auf Party? Ich hab da irgendwelche Scheiße rein, Alter. Ja, frage mich auf was. Das... Wie heißt auf Party? Was so wie er bei PSN heißt. Hm. Sie können doch aber alle Kamerahack gehen. Mhm. Ist nicht. Für was sind Kamerahack? Also ich hab ne Kamerahack. Für was bist du alles geschützt, Kiko? Bitte? Teddy? Bist du gegen Teddy geschützt? Ja. Alles klar. Jonas? Ja. Ähm... 7W? Also gestern hat jemand einen Caddy neben mir besprochen und ich war nicht weg. Ich habe erwartet noch kurz. Ah, ich kann ja gar nicht drauf, da hat mich ja immer noch gefließt. Ja, da kommt ja wahrscheinlich niemand jetzt hier. Kannst du den Caddy nicht zu Ihnen teleportieren? Ist er noch drin? Ja, er ist noch dran. Ein paar Partnern drüber. Irgendwann ich eins spawnen und dann ähm... steckt sie automatisch aus und dann den... den Mix tauschen. Oh, Alter, der hat ja lange Weile war mit seiner Musik. Mit seinen Dings, ja. Seine Sprache. Seine SMS da. Ich weiß nicht, wie man da so einen Spaß dran haben kann. Was wollt ihr jetzt machen, Haditz Team USB-Moder? 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 Bis zum nächsten Mal.